Willkommen zurück bei Assassin's Creed! Ach, diese Prüfung will ich immer noch nicht machen. Und zwar, wo die Sklaven sterben. Eine Nebenquest in dem DLC. Denke ich jedenfalls. Nee, Entschuldigung. Weiter in der Hauptquest. So, was war daran jetzt typisch ich? Ich renne einfach irgendwo rein, wo ich gar nicht rein darf. Also einfach so, komm, wir rennen hier mal lang. Und dann kommt irgendwie raus, das ist... Oh, hier ist erstmal noch eine Nebenquest. Dann kommt auf jeden Fall raus, dass das hier... Auf jeden Fall nix... Oh, das war elegant. Nix ist, wo man einfach so reinlaufen sollte. Warum mache ich das? Weil, keine Ahnung, dumm bin ich nachgedacht. Ich sage ziemlich oft beim Spielen, dass ich dumm bin. Im echten Neben bin ich natürlich nicht dumm. Oh, hübscher Himmel. Diese Steinkreise habe ich immer noch nicht gefunden, die ich finden soll. Ah, hier einmal drauf fallen. Genau, ich will jetzt diese Nebenquests erstmal abholen. Sorry. Wow, ist ja total weit weg. Aber hier weiter unten. Upsi, halbtot. Dafür, wenn ich jetzt hier reingehe, dann habe ich die Nebenquest. Der Horusweg. Wie leidet, kann es sich selbst ansehen. Die entferntesten Ausläufer der Steinbruch-Tunnel sind von der Seeseite aus zugänglich. Ja, die machen wir später, nicht jetzt. Dann geht's jetzt endlich dahin, wo wir hin müssen. Mit dieser Tahira haben wir eh schon mal gesprochen, glaube ich. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ach, Bayek. Es wird Zeit, Rufios Unterführer auszuschalten. Tacitus hält sich oft hier über dem Steinbruch auf. Er ist ein brutaler Aufseher. Täglich statuiert er Exempel an seinen Schildern. Der Henker? Hat die nicht gerade gesagt, ich soll den eliminieren? Ja, komm, wir springen jetzt hier runter. Wahrscheinlich spielt dieses ganze DLC hier in diesem Steinbruch. Ich hatte gehofft, dass die mich nicht gesehen haben. So, das haben jetzt eh alle mitbekommen. Ah, das kann ich direkt nochmal neu machen. So, jetzt eben schnell das hier. Aktivier es doch! Jetzt darf mich keiner mehr treffen. Ah, das schaffe ich eh nicht. Hier sind so viele. Ich werde jetzt sterben. Ja, war klar. Ich würde eigentlich lieber einfach hier oben bleiben. Ich habe gar keine Lust hier unten zu bleiben. Ich gehe jetzt auch erstmal davon weg, ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt einfach hier oben lang. So, ich hoffe, ich schaffe das. Nein, tue ich natürlich nicht. Und, oh, elegant. Er hat sich daran festgehalten. Ja, einfach hier langlaufen. Nein, nein. Ich wollte noch nicht mal runterspringen. Naja, jetzt bin ich wens Dings hier. Ah, guck mal, da holt schon jemand Verstärkung. Okay, das war einfach nicht klar. Komm, einfach abhauen. Hau einfach ab. Ist egal. Okay, ich darf da wirklich auf jeden Fall überhaupt nicht irgendwie bleiben. Ja, dann machen wir das mit den... Jetzt muss ich vorsichtig sein. Der guckt ja wohl hoffentlich nicht in meine Richtung. So, dass ich Attentat machen kann. So, dass ich Attentat machen kann. Perfekt. Wo ist er hier? Oh nein, hier soll mein Pferd doch nicht herkommen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. So, die dürfen mich nicht sehen. Oh, was machst du denn, Bayek? Jetzt haben sie dich gesehen. Ich sollte den einfach abknallen. Und den jetzt... So, schnell bevor jetzt andere mich abschießen. So, jetzt muss ich einfach warten, bis ich mich wieder auflade. In Deckung gehen. Nicht, dass ich jetzt noch tot bestätigen muss. Ja, muss ich noch. Egal, war schon mal ein besserer Weg als vorhin. Ach, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ey Mist, jetzt hat es dem aber aufgefallen, dass von hier irgendwie Pfeil und Bogen kommt. So, jetzt versuche ich das nochmal. Jetzt muss ich echt warten. Jetzt mache ich das vielleicht später nochmal, aber jetzt gerade so nicht. Oh Mann. Die gucken mich, schießen mich da immer noch. So, jetzt noch länger warten, noch länger warten. Ja, perfekt. Okay, ist jetzt egal. Der ist tot. Ich muss jetzt da nur einmal hin den Tod bestätigen. Das wird das Hauptproblem sein. Vor allen Dingen, weil den das doch jetzt aufheilen wird. So dumm sind die ja auch nicht. Ich ziehe jetzt einfach durch, ich ziehe jetzt einfach durch. Oh, jetzt schnell bevor ich den Tod bestätigen muss. Ist egal, hau einfach ab. Wollt schnell Tod bestätigen, schnell, schnell, schnell. Geschafft. Ich weiß ja gar nicht, wie der aussah. Ich habe den einfach getötet. An alle Ägypter. Rom wird euer weiser Genieter sein. Der Ort ist ewig. Ich will es wieder zu Tahir. Ach ja, komm, dann lasse ich mich jetzt töten. Aber ich wollte mal eine Sache noch gucken. Ziele. Der Enker. Kommen die hier nochmal hin? Kommen die hier nochmal hin? Ja. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist unter Wasser. Aber naja, egal. Geil. Ja, hilft den Rebellen können wir theoretisch auch mal machen. Jetzt bin ich doch noch gestorben. Ist egal. Das ist ja der Vorteil. Das zählt jetzt trotzdem. Jetzt sind wir sogar näher an Tahira. Renn mit dem Wind. Ja, sofort, wenn ich oben bin. Ja, ich komm doch schon. Ich fürchte, dass uns mehr Römer bevorstehen. Ich komm doch schon zu dir. Tacitus hat noch mehr Truppen. Da bin ich ganz sicher. Wenn wir den ganzen Betrieb lahmlegen, gibt es vielleicht einen Aufstand, was noch besser für den Sinai wäre. Nein. Alle Römer schütteln. Die Befreiung der Gefangenen wird uns helfen. Verstuhlen könnte sehr wirkungsvoll sein. Ja, komm. Das wird ja eine ewige Aufgabe. Ich mein, logisch, man fängt ja am Rand an, ne? So, jetzt geht's weiter. Ich laufe jetzt erstmal den kompletten Rand ab. Ja, Schätze, Hauptmänner können wir dann machen. Ich trau mich jetzt nicht da runter zu gehen, weil da ist ja Römer. So, dann sind wir hier. Ach, da ist noch einer gewesen, das wusste ich jetzt nicht. Ich hoffe, das zählt dann. Jetzt hau ich erstmal wieder ab. Also ich hoffe, jetzt kommen nicht alle. Okay, ich müsste erstmal die Gefangenen befreien. Dann können die mir helfen. Dann gehen wir jetzt mal anders ins Lager. Ist ja echt direkt am Steinbruch, das Lager. Ist ja echt direkt am Steinbruch, das Lager. Ich trau mich nicht runter zu gehen. Das ist so Tatsache. Da kann ich den Rebellen helfen. Ich will jetzt auch erstmal den Rebellen helfen. Ah, die helfen schon, die Rebellen. So, jetzt kämpfe ich ein bisschen, dann hau ich wieder ab. So, bitte. So, Rebellen macht den. Ist mir jetzt egal, ihr schafft das schon. Oh, Mann. Da kann ich vielleicht Sprungattentat drauf machen. Naja, es ist zu hoch. Und Kettenattentat. Habe ich jetzt aufgehört zu brennen? Ne. So, jetzt bevor der mich noch tötet. Schnell ins Wasser. Um mich wieder aufzuladen. Um mich wieder aufzuladen. Was war jetzt noch den? Ich wurde durch deine Ankunft gesegnet. So, sind die jetzt alle frei? So, die sind jetzt alle frei. Vielen Dank, Freund. Ja, bitte. Wow, wie viele kommen denn da noch? So. Ja, den hier töte ich jetzt. So. Hier sind aber noch mehr. Zum Beispiel der hier. Die haben schon Unterstützung geholt, ey. Oh mein Gott. Kann man da noch irgendwas heimlich machen? Ja. So, den noch schnell. So, wenn jetzt einer kommt, dann Attentat. Nicht, dass ich jetzt sterbe, ne? Nicht, dass ich jetzt sterbe, ne? Oh. Oh, nicht noch mehr. 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 So, den einmal töten. Oh nein, was kommt jetzt? Ey. Perfekt. Jetzt haben wir das auch, den Hauptmann. Also, abhauen ist doch manchmal praktisch. Ist das hier überhaupt Tacitus' Lager, ja? Den will ich attentaten. So, ich versuche jetzt einfach mal dahin zu gehen, wo ich hingehen muss. Ich weiß nicht, ob das schon was... Da muss ich noch den Rebellen helfen, oder was? Muss ich nur Rebellen helfen, oder muss ich alle töten? Das verstehe ich halt auch noch nicht ganz. Hier sind echt viele. So, ich befreie die jetzt erstmal. Ah, hier sind auch noch mehr, okay. Oh Mann. So, jetzt die alle. Oh, nicht noch mehr Verstärkung. Nicht noch mehr Verstärkung. Oh. Oh Mann. Ey, wie viele kommen denn da jetzt noch? Basta-doros. Basta-doros. Befreit die Nabatea. Tötet alle Unterdrücker. Befreit die Nabatea. Tötet alle Unterdrücker. So, und der jetzt noch. Schnell. Ah, da ist auch nur einer. So, jetzt will ich erstmal bitte wieder abhauen. So, einfach abhauen. Einfach jetzt erstmal abhauen. Ich kann ja gleich nochmal kommen. Oh Mann, das hat sie ja echt in sich. Ja, komm schnell. Kann ich mich hier verstecken? Vielleicht hätte ich bei meinem Verbündeten bleiben sollen. Ich hab keine Ahnung. Oh, das habe ich noch geschafft. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Gehe erstmal wieder zu meinem Verbündeten. Wo auch immer der jetzt ist. Achso, da oben. Ah, das schaffe ich doch nicht. Ja, ich komme. Oh, ich bin jetzt tot. Ja, wusste ich doch. Ach nein. Nein, altet er. Wieder weg damit. Oh, nee. Ernsthaft jetzt. Ernsthaft. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Das könnte schlimm werden. Die Befreiung der Gefangenen wird uns helfen. Ja, okay. Ja, okay. Ich gehe jetzt einfach erst mal dahin, wo die mich hinführen. Das scheint sich aber auch zu bewegen, ehrlich gesagt. Komm, machen wir erstmal das Schiff. Ich meine Kinder für Sklaven gemacht. Ich kann es nicht mehr so gut verlieh. So, jetzt die dahinten, bevor ich hier abfackele. Ey, da ist ja noch so ein Abf... Entschuldigung, die wollte ich nicht. Ach, deswegen sind die frei, weil ich die außersehen aufgeschlossen habe. Oh, jetzt habe ich die befreit, okay. Sehr gut. Dann eben das hier noch plümmern. Und ich gehe hier hin. Was ist da los? Du kannst nicht fliehen! Da ist doch irgendwas faul. Ja, da ist auch was faul. Ich weiß aber auch nicht, warum die so schreien. So, jetzt gehe ich zu den nächsten. Ich arbeite jetzt echt einfach hier die Dinger ab. Ja. 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 Äh, wie klettere ich denn so jetzt erstmal, hier verstecken? Und Kettenattentat. Und schnell wieder verstecken. Oh man, die schaffe ich doch beide nicht. Kann ich einfach jetzt bitte abhauen? So, dann komme ich halt nachher nochmal. Wenn die jetzt Verstärkung holen wollen, dann... So, bevor der jetzt Verstärkung holt... Gehe ich jetzt mal wieder hier rein. Gut, Kommandant und so muss ich jetzt nicht nochmal töten. Obwohl kann sein, dass ich die töten muss, damit die tot sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon zählt. Weil man muss ja jetzt alle irgendwie nochmal... Gehe ich nun den äußeren Weg. Oh nein, jetzt haben die mich entdeckt. Okay, jetzt muss ich wieder da oben hin, da wieder nochmal Verbündete befreien. Oh shit. Oh Gott, nein. Komm, das war's für heute. Wir probieren das beim nächsten Mal. Ich bin da jetzt grad irgendwie nicht so motiviert zu. Sorry und bis dann. Ciao. Ciao.